Schwarzwälder Landmarkt, da führt alles Regionale, was es regional gibt, das haben wir in unserem Programm. Backen tun wir selber, wir haben das Mehl aus der Blattermühle, also wir haben wirklich nur sehr gute Produkte und die lassen wir in unsere Produkte einfließen, sodass der Kunde, der Endverbraucher einfach das Beste aus der Region bekommt. Also die Spezialität ist auf jeden Fall Flammkuchen, unser gesamtes Backwarensortiment. Das fängt an bei unseren Hefeteilchen, dann natürlich beim Steinofenbrot, Kuchen. Wir wollen auch die Bauern bei uns unterstützen, das ist ganz klar. Und dann wissen wir einfach, was wir an den Endverbraucher weitergeben. Wenn das vom Ausland kommt oder sonst irgendwo her, haben wir keinen Einfluss drauf. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir hier in der Region bleiben. Die Bauern, die haben ja oft, es ist wirklich sehr schwer, ihren Stand zu halten. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten keine Bauern mehr, wo kämen wir denn da hin? Also gerade jetzt die Kleinbauern, die doch sehr viel ausmachen in der Region. Also ich finde es schon ganz wichtig, dass man die unterstützt. Es kommt zum einen sehr gut an, weil viele Kunden uns einfach schon kennen, die schon Jahre bei uns einkaufen. Die wissen, was für Produkte mehr führen, wie es schmeckt. Das ist ja ganz wichtig. Und zum Zweiten ist der Kunde auch neugierig und versucht immer wieder mal was anderes aus. Und so kommen die auch zu uns. Und die mal bei uns waren, die bleiben einfach da. Auf jeden Fall, die Kundschaft, die bei uns einkauft, die kann sicher sein, dass sie auch Regionales bekommt. Und kann sicher sein, dass da einfach ein gutes Produkt nachher bei ihnen auf dem Tisch landet.